Luca Henni, 27, und Christina Luft, 32, machen Nägel mit Köpfen. Der Sänger und die Profitänzerin, die sich bei Let's Dance kennenlernten, sind seit Anfang des Jahres verlobt. Wie verliebt sie ineinander sind, zeigen sie nur allzu gerne im Netz, und ihre Fans verfolgen die Liebesgeschichte gespannt. Nun gaben die Turteltauben ein neues Update bezüglich ihres Liebesnests. Luca und Christina sind jetzt tatsächlich Hausbesitzer? Auf Instagram teilte der Dirty Dancing Interpret nun eine Bilderreihe von dem Augenblick, als beide den Vertrag unterschrieben. Christina und Luca lächeln und scheinen überglücklich zu sein, diesen großen Schritt gemeinsam zu gehen. Jetzt gehört uns unser erstes gemeinsames Haus, schrieb der Hottie aus der Schweiz stolz zu den Aufnahmen. Den Vertrag zu unterschreiben sei ein ganz besonderer Moment für die beiden gewesen. Ihre Fans sind darüber total aus dem Häuschen, freut mich unglaublich für euch, kommentierte etwa eine Userin. Aber auch bekannte Gesichter wie Nicolas Puschmann 31, Mike Singer 22, und Prinz Damien 31 gratulierten Christina und Luca mit lieben Worten unter dem Beitrag. Die Untertitelung des ZDF für funk, 2017